Ok, jetzt müssen wir gucken und kochen oder was? Na sehr toll. A und D, Space und S. Achso. Ein Reihe und Glied. Aha. Aha, ok. Jetzt brauchen wir da oben irgendwie einen... Aha, verstehe. Na toll. Jetzt brauchen wir noch 2 Salzstreuer und einen... Das war ja wohl nix. Sehr schön, so muss das. Jetzt brauchen wir 3 Salzstreuer. Verdammt. Noch mal 3 Salzstreuer. Ich würde sagen, wir machen das jetzt früh. Ketchupflaschen machen wir mal. Nehmen wir das. Das brauchen wir noch eine Verpackung und 2 Ketchupflaschen. Zwei Ketchupflaschen. Zwei Ketchupflaschen. Zwei Ketchupflaschen. Zwei Ketchupflaschen. Und Kürbis. Zwei Ketchupflaschen. Einer Quatsch. Einer Quatsch. Einer Quatsch. Paprika. Verdammt. Sehr schön. Zwei Ketchupflaschen. Zwei Ketchupflaschen. Und eine Paprika. Tja. Okay. Marmeladenglas. Eine Packung. Tomatenglas. Entlegte Tomaten. Verdammt. Out of Ingredients. Okay, immerhin. I'm sorry. I don't know. Come on, it wasn't that bad. Okay, that was a terrible idea. Let me at him. I'll chase him off. Or you could change the shark. It's the shark! It's the shark! It's the shark! Oh, no. What's going on? Count Red, meter down to two out of ten. What happened? What made it drop? Hey, 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 we're in the news. Terrible Game Studio tries to poison upset fans. That's not true at all. Yeah, they're not our fans. It's the shark! It's the shark! It's the shark! It's the shark! If we fix the shark, will you stop being mad? We'll always be mad! What? Why? Your game isn't as good as Witcher 3. Ha 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 ha! You know what? What I think you need, right? We have no choice. We need to ask the engineer for help. Bitch, quickly! Go to the supply closet and get an intern. Oh, what? Ein Intern! Wir halten sie in der Supply-Klosette. Francine hat die Schlüssel. Oha! Warte mal kurz, ich mache mir noch ein Flasch auf. Ein bisschen was trinken ist wichtig. Aber wenn der Name ist, wo müsste man jetzt hin? Oh, was muss ich tun? Was muss ich tun? Da gibt es die Key von Francine. Und wo ist Francine? Hier ist Francine. Ach du Schreck! Retrieve den Intern! Wir müssen nur einen Weg freimachen, dass man durch kann. Ich bin wirklich, 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 excited zu sein! Oh Mann! Dieses Spielchen habe ich. Okay, wir müssen von hier zu im Intern irgendwie durchkommen. Wir müssen den Praktikanten befreien. Der Praktikant, wenn ich das richtig übersetzt habe. Wir müssen den Praktikanten befreien. Oh nein! Oh nein! Okay, einen Stern verloren. Okay, wir machen das jetzt am dümmsten. Wir müssen irgendwie einen Weg lang finden. Wir müssen irgendwie einen Weg lang finden. Ich hoffe, dass sie dir in turnen. Hm. Okay, das müssen wir irgendwie verschieben, dass wir dort. Das müssen wir irgendwie loswerden. Hm. Oh Mann! Oh Mann! Für sich Logik. Das bin ich nicht gemacht. Dann vielleicht so. Ne, das wird so nix. Na so vielleicht. Muss das ganz dort hinten frei sein, oder? Verdammt! Dann beginnen wir das jetzt hier raus. Dann beginnen wir das jetzt hier raus. Gar nicht. Uff. Ich würde sagen, das hier. Das hier. Das hier. Das hier. ist ja so logisch aus. Dann ist hier der Gang schon mal frei. Das muss man das nur noch weg bekommen, irgendwie. Hm. Aber wie. Ich hab's doch jetzt nie gemacht. Dann haben wir nicht mehr viel. Und trotzdem nicht mehr Platz geschafft. Okay, wenn wir das da irgendwie hinten rein schieben können, wie so ein Tic-Tac-Toe. Nicht Tic-Tac-Toe, sondern... Tetris. Wie ist das Spiel? Wie ist das Spiel? Das können wir doch bestimmt jetzt dahinter schieben. okay. I can't wait to tell folks about my time as an intern. Wie kriegen wir das da weg? Musst die Komplettlösung rausholen, oder was? So könnte ich das hier nach hinten schieben. Hm. Game skipped. Ja, ähm. Ich hab keine Ahnung. Wir müssen sie nach dem Dumbwaiter kommen. Right, okay. A Dumbwaiter. Du wirklich glaubst, dass der Lead Engineer ein paar Sprachen kann? Oh, nein, nein, nein. Das ist nicht sicher. Niemand ist allowed zu sprechen mit den Engineers hier. Sie haben Farrell. Aber der Lead Engineer hat andere Möglichkeiten zu lösen unsere Probleme. Du sehen. Oder du kannst einfach die Shark. Was? Sei rechtlich, Midge. Mayday, Mayday! Wir haben Unternehmen! Das ist die letzte Zeit, dass du jemanden zerstörst, mit deinem Essen oder deinem Spiel. Und wenn du nicht den Shark hast, wir werden. Oh, schrecklich. Oh, der Dinton. Wir müssen den Internen entfernen von der Gruppe halten. Schön für mich, wenn sie nahe sind. Oder ich. Hey, hey, nicht attack mich. Ich weine deine Shirt, Sie? Ach, du schrecklich. Oh, oh, ich. Ich habe ihn. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Pass sie mir an. Pass sie mir an. Pass sie mir an. Ach, du schrecklich. Endboss. Fass dein Spiel, und das wird alles übergehen, Entwickler. Oh, nein. Ich hatte keine Bosse-Fight. So können wir ihn treffen. Oh, nein. 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 Wir dürfen ihn nicht in die Hand kriegen. Wir müssen ihn irgendwie so verletzen, dass er Schaden kriegt. Nein. Na, was sind es wir denn hier drin? Okay, was sind wir denn? Okay, dann smartden wir das jetzt ja gefimasueln, habe ich etwas! Aber neu? Ich glaube, unglaublich sieht man nicht rein. Alles Guck mal! Hier können wir es hin- und herwerfen. Na komm! Die kleinen außer Kraftsätzen hier. Boss defeated! Sehr schön! Die kleinen außer Kraftsätzen hier. Da sind viele von ihnen. Viper? All right, you dweebs! You're embarrassing me. Go, get the payload to the target. I'll show you how you deal with the crowd. They're all yours, Viper. Go! Quick, to the dumbwaiter. Time for you to earn that paycheck you don't get, intern. Wait, he's the offering? We've done this before, Midge. Send him down, Pylon. The door! It's not gonna hold. What do we do? Hold on, give them time. The lead engineer will do something. Just wait. Come on, do something. Okay. Holy crap. Someone leaked costume photos for the Racer Chase movie adaptation. They got rid of Chase's unibrow. They can't do that. That's Chase's defining trait. How dare they? Who do they think they are? All chapters mobilized. This is a code Foxtrot. Condition Omega. Hack it up, folks. Let's go. Racer Chase needs us. We will avenge this travesty. Don't they know how important unibrow's are? Aha. They're heading out. You see? The lead engineer always finds a way. Hey, hey. Someone leaked news about the new Racer Chase movie. Ah, the old distraction trick. Clever. The lead engineer did that? The lead engineer works in mysterious ways. Oh, my God. What happened to them? I'm going to go for help. It's fine. They just have a lot of bones down there. How is that fine? How is any of this fine? We said, whatever we need, something from the engineers. Ghouls just keep sending them to us. We're low right now, but we'll get another shipment eventually. Goodbye, Poker Night. We use them as chips. Look, I could see past the thing with the animator and your fan club and the thing growing in the kitchen and even the fact that this is apparently the worst game studio in existence. But this is too much. Midge, this is where I check out. I'm out of here. Midge, wait! Wait a sec! What? See that counter up there? Yeah, what about it? That's tied to an algorithm that takes into account focus testing, mock reviews, A-B results, and a hundred other factors in order to create a predictor of our expected score. It's just 3 out of 10. That's terrible. It is. We've never had any of our games score above 3 out of 10. But not anymore. Not with this project. This project is different. I thought review scores didn't matter anymore. They matter to the people I went to high school with. I will show them. This game will be a hit. But it needs a good animator to tie it all together, Midge. Well, you'll have to find someone else. Midge! Just wait! So, just saying. This is all the tiger shark's fault. Wait. Really? Well, why don't we just change the shark? Um... Look. I can't do this. These people are terrifying. There's something growing in the refrigerator, and there is some sort of ritual involving interns, and who knows what's going on with their basement. You know that's not what we want to hear, Miss Potter. You had a role, and we had an agreement. Yeah, well, that agreement didn't mention half the crap going on in there. Your job was a simple one. The director will be disappointed, but not surprised. What does that mean? We've been assembling a file on you, Miss Potter. Your interests go far beyond animation. Some of those extracurricular activities you partake in, those come with long prison sentences. I don't know what you're talking about. I'm sure. Our file is quite interesting. Photos, videos, documents. Your local police department would find it fascinating. Is this blackmail? This is a friendly warning. You know what we're capable of. This is bigger than you and me, Miss Potter. Go join them. Gain their trust. Work with them. But remember, they must never make a good game. They don't need me for that. I don't think you understand. This is the most important job you've ever had. If they make a good game, it will be the end of everything. Oh, shit. Ah, we've actually played the first episode through. Ah, ok. Ok. Ich bin Platz 8 auf dem Niederwort. Nicht schlecht. Gut, haben wir das durchgespielt. Die erste Episode. Von... 3 out of 1... 3 out of 10. Season 1. Ja. Terrible positive games. Ja. Kann man vielleicht irgendwas drauf machen. Für YouTube. Mal schauen. 2 out of 10. 3 out of 10. 7 out of 10. 2 out of 10. Buon JSON he has. Mm. Tur�. 1 out of 10.